Hallo, hier ist Martin von Mann im Anki, ist das die DAX-Handise für nun Mittwoch, den 29.12.2021 von MonsterDAX. Er nähert sich so langsam dem Jahreshende. So ein kleines Wölfchen ist hier mal ein bisschen aufgetaucht, das sieht aber noch ganz schön von nebelt kalt aus. Kühl, ruhig, aber wir sehen eben etwas deutliches und zwar haben wir jetzt zwei rote Kerzen hintereinander und zwar die ersten beiden überhaupt, die sich hintereinander im kompletten Anstieg seit 20.11. gebildet haben. Also seit dem Tiefjahr hatten wir das nicht einmal, dass wir hier zwei rote Kerzen hintereinander haben und das eben an einer Stelle, wo schon ja eigentlich eine Zielzone sein sollte. Wir haben gestern so ein bisschen darüber gesprochen, dass er da jetzt noch hoch macht in die 8.90, 9.25, dass er ein bisschen Überschuss bis 9.40 machen darf und dass wichtig wird, wie er sich dann da eben verhält und da hat er sich wirklich richtig feiern lassen. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere aus Ungeduld, aus fehlendem Glaube, dass da überhaupt nochmal was fällt, dann einfach auch glatt gestellt hat auf eine Short-Position aus den letzten Tagen. Andere vielleicht sogar long reingegangen sind, weil sie sich gesagt haben, gut, jetzt gehen sie halt long und das eben an einer Stelle, die eigentlich hätte gut nach unten wegdrehen können. Und so wie das jetzt hier aussieht, würde ich dem jetzt zum Mittwoch sogar eher nach unten Spielraum geben. Also die letzten Tage hat man jetzt eher immer wieder ein bisschen nach oben geguckt. Grundsätzlich ist es aber so, er kann einfach nach oben weiter steigen, da steht nichts im Weg. Also da würde sich keinen abbrechen, wenn er sich früh direkt nach oben raus ballert, über 15.69 geht und dann ran an die 16.20, ran an die 16.60, diese alte Gap hier noch zumachen, was hier links noch ist. Da ist noch so ein offenes, seht ihr das hier. 16.60 wäre das, bis rein in die 16.100. 16.100 ist dann auch nochmal so eine schöne Unterstützung, wo das schöne Widerstand von unten kommt. Man kann auch ein bisschen nach unten drücken. Also das wären schon noch erreichbare Ziele, wenn der sich zum Morgen hier gut gehalten kriegt und wieder gut hochschiebt. Also wieder über 9.60 schiebt, wieder über 9.70 schiebt. Das würde eigentlich schon reichen als Impuls, um da eben noch ein bisschen weiter zu kommen. Also das ist das grundsätzlich. Aber so, wie es sich da oben jetzt so, ich sag mal, ausbeschleunigt hat. Also er hat ja wirklich ganz erkennbar an Dynamik nachgelassen und sich sogar eingetreten und das eben im Bereich um der 9.40 hier die ganze Zeit nicht losgelassen hat. Also der ist da nicht wirklich von weggekommen. Immer wenn es so aussah, wie er als versucht, jetzt mal oben lang zu ziehen, ist er immer wieder auf seine 9.40 zurück. Mir war ja grundsätzlich die 9.25 wichtiger, aber ihm scheint die 9.40 wichtiger gewesen zu sein. Und er hat auch meine 8.90 gar nicht so bedient. Aber wenn wir das jetzt hier ziehen würden mit dem Channel, ich würde vermuten, der sitzt sogar noch dran. Dass er noch da dran sitzt. Der Tag dehnt sich ja ein bisschen aus. Gucken wir es uns mal an. Ne, er ist ja sogar drüber. Er ist sogar ein deutliches drüber. Also von daher, 8.90, 900 liegt der Channel. Das ist ganz wichtig, dass wir den dann doch noch gezogen haben. Würde jetzt bedeuten, wenn unser DAX zu Mittwoch, jetzt schwach rein startet. Schwach rein startet, ganz human. Zwischen 15900 und 1598. Dann so ein kleines Morgentief gönnt. Muss ja nicht viel fallen. Das sind ja plus 30, 40 Punkte. Und von dort wieder nach oben anzieht. Dann glaube ich, dann läuft er weiter. Dann macht er 1620, dann macht er 1660, dann macht er 16100 bis 1621. Sollte der aber durch die 15900, 1598 nach unten durchfallen. Dann wird er wieder in den Channel gehen. Ja, also ein Stundenschluss unter 15.890. Würde hier quasi dann schon nach unten ein bisschen größeren Rücklaufspielraum öffnen. Da wäre hier das mittlere Band zu benennen. Im Bereich um 840, wo auch das Tief liegt, was er gesetzt hat hier. Moment, das war, um es genau zu machen, bei 830. Ja, also die 830 wäre dann der Anlaufpunkt. Wenn die 890 fällt, 830 und eben auch der Bereich um 87, 57, wo er hier schon ein bisschen mal geschaut hatte und schon mal andrehen wollte. Das wird auch nochmal eine Unterstützung, die dann zum Mittwoch durchaus angelaufen werden kann. Also bin, wenn ich das jetzt so sehe, gar nicht so positiv für den Mittwoch. Wir sind eben immer noch am Ziel, das ist ein wichtiges Ziel, was er erreicht hat hier. Das ist auch von der Projektion, wenn wir jetzt hier eine Projektion ziehen würden. Das passt, das ist stimmig. Ich kann euch das nochmal zeigen hier, wenn wir jetzt hier eine hunderte Projektion anlegen und sagen, okay, wir projizieren jetzt die Bewegungswelle, also die von hier oben nach hier unten, von dem Tief weg. Ja, 1553 war das hier im Tief. Wartet, ich schiebe es noch ganz genau hin. So, nein, dann hätte er hier bei 1598 rum diese zweite Welle beendet. So, und der nächste Punkt, der wäre dann, der nächste Anlauf wäre dann eben bei 16110 und das fügt sich eigentlich schön. Also, von daher, ich bleibe dabei, kriegen wir einen kleinen, feuchten, schwachen Start bei 15900, 1598 und er dreht sich auf, drückt sich wieder über 1549, 1569 drüber. So, wie wir das die ganzen letzten Tage gesehen haben, jetzt immer wieder 9 Uhr, also 8 Uhr so dieses Runddeckeklecker, dann 9 Uhr, puff, grüne Kerzen und hoch. Dann würde ich denken, geht er bis 1620, 16100, 1660 am Mittwoch und fällt er durch die 1598 durch, öffnet er den Spielraum bis 1598, 30 und auch 1587, 1557. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch den ganzen Tag dann durchfallen kann. Das ist jetzt drei, vier Tage hintereinander, komplett jeden Tag gestiegen, von früh bis spät, jeden Tag. Vier Handelstage hintereinander, wenn ich jetzt richtig gucke. 20., 21., 22., 23., 27., das sind sogar noch mehr Tage, das sind ja sogar fünf Handelstage. Ja, also wird es ihm auch durchaus zustehen, eins, zwei Tage für eine Korrektur sich Zeit zu nehmen. Was dann bedeutet, wenn er jetzt anfängt zu fallen, dass das dann eben auch auf den Tag ausgedehnt werden kann. Aber so der wichtigste Bereich ist für mich eigentlich die 900 und die 98, dreht er sich da davon nach oben rauf, gebe ich ihm Raum bis in den Gap plus 1660, 16100 und mein Gott, wenn er die nicht hält, dann auch noch weiter. Aber wenn er sich drunter wühlt, ich würde ihm ein bisschen Platz einfach lassen. Das sieht nach einem Eintreten aus. Wir haben, ich will nicht sagen Bewegungsschwäche, Trennschwäche zu erkennen, aber es ist schon ein deutliches abflachende Bewegungsdynamik zu erkennen gewesen. Er ist ab, Punkt um elf, ist der stehen geblieben halt, ne? Komplett. So, und die Amerikaner sind auch schon ein bisschen eingeknickt, wird ihm also gut stehen von der Formation, von der Bewegung her, sehr, sehr, sehr stimmig, sehr, sehr, sehr schöne Bewegung, zeitlich, zeitlich auch von der Bewegung in sich geschlossen, stimmig, letztendlich sogar A, B, C, könnte man fast sagen, ja? Und da wäre ich jetzt einfach mal ein bisschen höriger, wenn er, wenn er sich jetzt wirklich nach unten bestätigt und eintriggert, ne? Da würde ich schon ein bisschen genauer hingucken. Und dann kann durchaus sein, dass sich jetzt die Chancen dann erstmal wieder auf die Unterseite drehen, ne? Wir hatten hier den Punkt, haben wir gesagt, von hier erstmal hoch Richtung 9,25, ne? So hat man es gesagt, ihr erinnert euch an letzte Woche, haben wir immer wieder gesagt, legt euch den Zettel an den Bildschirm, sobald der Taxi über die 15.670, 15.700 drüber geht, macht er sich oben frei bis 15.925, 16.060, das wird dann nochmal die wichtige Zone, wo er sich umdrehen kann oder nach oben raus. Wir haben uns das auch im Tageschart angeguckt, jetzt ist er dort und es sieht nach einem Eindrehen aus. Ja, also auch hier dann wieder Wissen damit arbeiten, was wurde die letzten Tage erwartet, wie haben wir mit ihm gearbeitet, was wollten wir wo sehen? Und es ist durchaus der Bereich, in dem wir eine Drehung sehen wollten, wenn er von hier dann in diesen Zielbereich reingeht. Na und deswegen würde ich da jetzt auch das wirklich dann ernst nehmen, wenn er denn was tut, wenn er denn dort reagiert, wenn er denn dort runter geht, denn auf Tagesebene hatten wir gesprochen von 200 Taglinien, die dann auch nochmal erreicht werden kann, wenn er sich aus der Zone richtig umgedreht kriegt. Also sehr spannender Bereich, sollte man ein bisschen im Blick behalten, aber wie gesagt, wenn er sich 8,90, 900, einfach noch Kerzengrad nach oben wieder rammelt, 9 Uhr, dann soll er halt noch in seine 1660 oder 16100 meinetwegen auch noch reingehen. Na, da würde ich mich erstmal noch nicht ihm in den Weg stellen, aber wenn er uns die 8,90 nach unten triggert, dann bestätigt er hier gewisse Umkehrabsichten. Gut, dann soll es das soweit eigentlich dazu sein, mehr brauchen wir hier nicht erzählen, deswegen würde ich sagen, machen wir das Video zu, ich wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Gelingen und dann